Andreas, sag doch nochmal, was du gerade gesagt hast. Das war ja ein Originalton. Ich war überrascht, dass ich selber als Nicht-Weintrinker und eher dann doch so ein bisschen skeptisch der ganzen Sache gegenüberstehend war, sehr, sehr angenehm überrascht und bin froh, dass mir der Max davon zwei Flasche gegeben hat und ich werde ganz bestimmt auch noch mindestens zwei oder noch mehr davon mit nach Hause nehmen. Und du bist gar kein Weintrinker? Ich bin noch nie ein Weintrinker gewesen und das ist die erste Flasche in meinem Leben, die ich ganz alleine in drei Abenden schön nacheinander ausgetrunken habe. Und das wusste ich nicht, dass du kein Weintrinker bist. Also ich wusste auch nicht, ob du keiner bist oder einer bist, weil wir es noch nicht so lange kennen. Aber ja, das ist natürlich das Feedback, was wir immer, immer und immer wieder hören. Ich rinke eigentlich keinen Wein, aber der schmeckt mir. Und das ist der Weinherbe Riesling vom Meingut Max Hof. Den gibt es denn jetzt auch in der Ausführung für jedejenigen, die auch den Monsters Paradise kaufen gut finden. Im Periaway selbst als Frontetikett. Gibt ihn drauf, das Etikett. Zehneinhalb Volumen pro Alkohol. Wir dürfen den leichtesten Wein der Welt anbieten. Das ist der andere Tischte. Ja, das war's schon. Mir sagen, dass du das Nichts geallt. Ja, das war's schon. Ja, das war's schon. uzu-Nasch.